Dünn, dünn, dünn. Ist dir die Jacke nicht zu dünn? Ist dir die Jacke nicht zu dünn? Der Sportler ist dünn, aber sehr stark. Der Sportler ist dünn, aber sehr stark. Das Buch ist sehr dünn. Es hat nur 40 Seiten. Das Buch ist sehr dünn. Es hat nur 40 Seiten. Mein Bruder ist 1,80 Meter groß und 62 Kilo schwer. Ist er zu dünn? Mein Bruder ist 1,80 Meter groß und 62 Kilo schwer. Ist er zu dünn?